Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die alte Gertiwetten anzunehmen bei Kunsthandwerker Rees im Ardenwald an dieser Position. Vor Quest war die zerschmettete Farbe. Nehm hier die Quest an. Nun darf ich Neusul mit den vielen Gesichtern töten. Also auf geht's. Der Weg dahin ist ein bisschen verwinkelt, aber ich zeige euch wie ihr dahin kommt zu diesem Neusul. Müsst einfach hier diesen Weg entlang reiten und hier weiter. Und hier geht's rechts hoch. Ich töte jetzt erstmal die Gegner, weil die laufen mir nach. Keine Ahnung wie weit, aber was weg ist, das ist weg und macht keinen Schaden an mir. Und da bin ich schon in der Nähe, töte noch diesen Mob, weil der kann auch Erden im Kampf gegen Neusul. Und hier ist dieser Neusul mit den vielen Gesichtern an dieser Position. Man hätte auch von da kommen können anscheinend, ist aber vollkommen egal, woher man kommt. Bei Finale so an ist wie es aussieht keine Elite, hat aber dennoch ziemlich viele Lebenspunkte finde ich. Aber ein paar Cooldowns, dann geht alles gut. Und gleich ist er tot, er beledigt. Diese Mob kann ich ausweichern. Oh, hier kommt eine Patrouille, die mache ich platt, bevor sie mich angreift. Ihr habt ja schon vermutlich gesehen, wo man die Quest abgibt. Aber ich werde es euch dennoch noch einmal zeigen. So, Quest ist abzugeben bei Gerti Junior im Ardenwald an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Heizocke, Ende.